normalerweise wenn diese aufnahme beginnen sollte die sonne eigentlich aufgeben aber naja in dieser aufnahme geht es jetzt unter wir sind wieder zurück in der klötzchenwelt da waren wir schon so willst du die folgen wieder anfangen oh nein oh nein also wie gesagt so ein paar worte zu ja wir sind wieder zurück in der klötzchenwelt in direkt unter meinem schlafzimmer hat sagt also wir erinnern uns alle dran dass ich aber zu einem projekt hatte mit meiner in meinem dorf und der mauer und der mauer es kommt schon christ du es oder ich schneide es rein ich lass mich doch nicht einfach so benutzen was muss mit der mauer passieren das ist ja schon passiert die mauer ist weg die mauer ist weg ja also ich fand irgendwie den anfang von deinen deiner folge nicht so schön das ist jetzt so richtig krach bumm effekt war einfach viel zu es war okay ich wollte ja nicht aufnehmen ihr wollt das also mich ihr wollt ja du wolltest generell aufnehmen aber ich hatte vorgeschlagen warum kannst du auch wieder aufnehmen du hast vor ein paar monaten wochen gesagt du wolltest unbedingt wieder mein gott aufnehmen und jetzt baust du da die ganze zeit die verkackten bahn hoch das wollte ich gleich erstmal zeigen nein ich bin ja bei mich zur erklärung mich hat sich ein paar inseln gebaut aus wasser und expandiert quasi hier so was für ein style ist das saudi arabien du hast an deinem hafen also an deinem anlegerplatz hast du einen blinden passagier er ist grün ich habe mein drittes pferd verloren das was mit dein fucking pferd ich bin so ein wasserfall runter und konnte nicht mehr hoch bringen ich bleibe mal kurz was zu essen naja ein mario ja eigentlich hab ich schon gesehen aber wieder nachbauen ne ja mach ich das war alle essen 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 okay das ist ein server der läuft hier ja der läuft halt wann wann okay das habe ich jetzt alles von den so anfang das aufzunehmen ist mit acht leuten zu können auf mehr sind wenn man streng nimmt zehn leute gut der groß wie groß dann müsst ihr aus der rainbow truppe kennt also ich sag mal man so einen clemens kann man ausklammern also mit neun leute ja genau also das wird echt schwer so ein clemens also bei allen gesandten jahren von mein kopf ich werde jetzt mal nicht über hinrennen weil ich jetzt keinen bock habe erstmal hier fünf stunden lang alles zu zeigen du musst alle plätze zeigen das wird man in der aufnahme irgendwann sehen also hier mich hier habt ihr gesehen dass ihr da vorne dieser turm ist übrigens in gemeinschaftsprojekte mit so verzahlungstüchern und so das ist die große bibliothek der untergrund von mir und der turm von andrew war okay aber mit rohstoffen auch noch von mir und ich habe zwar ich habe den anboss gesponsert da hinten das ist gar nicht easy und obsidian da gehen wir auch irgendwann mal hin und damit christian auch zufrieden ist werde ich jetzt zu christian gehen aber ich werde nicht da sein ich bin mich gerade unten aber ich bin direkt unter beim schlafen zu machen gehe ich zu mir und mach bei mir weiter wie lange bräuchtest du um nach oben zu kommen wahrscheinlich um eine stunde weil ich noch alles durchsuchen werde dann gehe ich nach hause zu mir du hoch also anders reich mal zu hause ich werde es gleich erst mal zeigen und eigentlich noch meine kunden super mario sind dann noch meine coolen schilder hast du entweder ich will ja hause nicht noch tiefer die wirklich weg gemacht wo gehst du denn hin ich bin nur untergefallen wo runter bin ein erdloch untergefallen doch ist loch also halt eine kleine schlucht rauskomme wer mit dem pferd was in diesen krater bei dir da in dem fall wissen ich darf doch mal deinen sattel da spenden das da hinten das was da leuchtet diese holz dieser holzklumpen das ist mein zuhause und ich glaube ich werde gleich sterben ich habe die ganze zeit nur feine hinter mir und ich habe hunger michi fick dich ich habe jetzt auf der karte gesehen dass er hinter mir gestanden ist ich habe nicht nur weil du diese minimap hast ja ich will endlich mal so eine fucking mine finden und ich will auch so ein sattel haben für mich hier aber nicht teilt ja nicht ich will den debuggen deinen ganzen pferde anstatt nie in das zu gehen ich glaube es ist schon das vierte pferd ne michi immer dieser michi au 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 ich will in Zukunft eine sendung draus machen wieder michi au ja und wenn mal ein tag wäre dann würde ich endlich mal ein bisschen mehr von der karte zeigen aber nein tu mir mal mit deinem tag ähm ja nein ah hoch das ist irgendwo eine standardfrage weil ich hier habe halt ein etwas großes projekt vor mir wie ihr halt immer Michi, du denkst, dass du die Tür offen gelassen hast. Ja genau, du wusstest mich das mit den anderen abklären, die Nether sind. Ja, Nether ist doch scheißegal. Ja, Nether ist wirklich egal, da kannst du auch noch stimmen. Warte eben, konnte ich aber nicht. Ach nee, du warst vielleicht wegen Black Starks, deswegen. Dieser Black Starks, was macht ihr überhaupt hier? Ich weiß nicht, warum denn das läuft. Ist das, das ist der Server. Stimmt. Kontrolliert der uns oder was ist mit dem? Und jetzt ist hier noch einer. Ja, das ist der Kämpfer. Ja. Der unbekannt. Nee, den kennen wir nicht, er ist unbekannt. Oh. Hi. Oh. Oh. Kann man den Samen eigentlich verbrennen? Nein, kann man leider nicht. Ach, da läuft ein König bei mir vor der Tür rum. Warte mal, wo ist König? Der bohrt mein Feld ab. Den hole ich mir, den hole ich mir. Brenne. Ich reite. Diege. Was? Hecker. Hast du schon so ein Ding, oder was? Ja, klar, ich war ja schon im End und hab den Enderdrachen getötet und allein ging. Ja. Danach hab ich den Enderdachen wieder neu gebaut, wenn ich den auch nochmal bekämpfen könnte. Also krank bin. Ernsthaft. ich gehe jetzt an mein feld ich muss meine neue machen weil er einfach irgendjemand alles vertrappelt hat könnte kotzen er braucht schon wieder eine neue hoch wenn sie da was mich mit seinem scheiß drecks oder es war der moment für geschlagen wurde und dadurch hochgeführt und besucher links wurde hast du dein großprojekt vorgestellten kommen wir doch nicht dazu das kann ich jetzt machen das großprojekt der projekte ist ja hier die eine kleine stadt quasi die sich dann hier auf dieser fläche erstreckt es dann zurück zum absender und ja idee war halt jedes einzelne gebäude mit einem mit einer zuglinie an einen zentralen punkt in dieser stadt an zu verbinden und das passiert alles unterirdisch so und ich zeige euch jetzt was ich in zehn was ich jetzt ach das ist doch bestimmt mit dem mittel mit dem mit dem gest mit dem gestern zum absender gab es ist auch sich das kannst du auch zurück schließen teilweise elf stunden 450 also fast zwölf stunden spiele hier und das ist das was ich gebaut habe es ist nicht ziemlich etwas was ich noch gemacht habe in diesen zehn stunden ein loch gegraben ich habe das hier ausgegraben ja ein kleines loch hast ausgegraben in diesen zehn stunden ich habe das hier ausgegraben in zehn stunden spielzeit und das nicht mit irgendwie world edit oder sonstigen cheats das ist alles abgebaut teile davon hat teile davon hat irgendjemand hat noch steine gebaut für so eine steininsel die irgendwo da hinten auch ist das war aber jetzt gleich aber mario ja die zeit die da steht ist nicht deine komplette zeit ne wahrscheinlich doch das ist mein start dort kann auch eine zweite identität das sind trotzdem circa zehn stunden der wunderschöne ich verstehe nicht warum er da ist ich habe angst vor dem da fliegt er hier oben er wurde auch eine spinne erschlagen das wird so selten dass die leute von 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 hostern her weil okay es ist zwar deren server und es wird von denen gehostet aber es gibt trotzdem privatsphäre du wirst du so nah was macht ihr braucht ja auch schon was schönes hier wenn ich nein nächste fährt was ich weg machen kann was machst du mit deinen feiken pferden nein ich komme im winter raus also du pferde mörder ich habe jetzt zwei satteln und sagt dir ein was und sagt dir ein ach ja jetzt geht aber noch nicht ins ende da kommen wir noch gar nicht hin ja aber ich meine ich habe so jetzt allein sind ins ende gehen weil er vielleicht nicht zu wird den passen erst mal jede menge blaze rots wovon wir nun weiß wie man ins ende kommt aber generell ich dass wir jetzt auch kriegen wir mal ins ende ich kümmer mich noch weiter um den bau des bahnhofs nein auch warum nicht ja das ist ja ich mache nichts anderes seit den zehn stunden also von daher ich habe hier ich habe ja mal so ein paar schafe angebaut für die farbgrenze in den nieren ich habe was habe ich noch gemacht diese auch doch losen dinge entworfen das war's nicht michi ich weiß dass du hier bist und ich ignoriere dich einfach trotzdem soll ich hier einmal wieder runter rufen michi du wurdest reife schlagen ich weiß runter rufen ja ich weiß nicht so ganz besinnhaft aber wir sind dann halt keine ahnung irgendwie sechs sieben leute und in einer aufnahme alle reden dreieinander wir reden ja auch immer so viel bei minecraft spielen bitte wir reden ja auch immer so viel bei minecraft spielen ja gerade eben schon wenn man halt im ja gut gerade eben gerade eben auch wieder hyper hyper war hier ich weiß nicht ob jetzt immer noch hyper hyper ist ne jetzt ist es immer hyper hyper ist äh never ab 13 blaue voller aus Versehen anscheinend auch bin ich aus Versehen ich bin aber auf dem Pferd ich weiß nicht einfach hier runter das Pferd äh die machen aber so mit ihren Eltern und ich mach immer noch den Bahnhof ne der Bahnhof ist fast fertig Mario hat's fast fertig also halt das untere gleiche ist fertig die ganze Verteiler Ebene darüber rum noch lange nicht michi ich schweiß da die Scheißwelle runter kommt's denn an? ja hab's auch gefallen mein Pferd ist weg mein Pferd muss weg wo bist du Chris? ich bin unten ich suche die ganze Zeit diese scheiß Minen so was fehlt jetzt bei der Farbe grün fehlt achso ich hab nen neuen Spawner gefunden michi bei der ja ähm ja ich brauche grüne Farbe die gibt es nur bei Kakteen ne what the fuck ist das hier ne ich glaub Kakteen neuer weiß jemand wo die nächste Größe ist? äh ja ich könnte auch Sand gefunden ja was zum Teufel ist das? überdeckerweise weiß ich wo einer ist warum ist denn hier Mr. Charles bei mir im Lagerhof? ähm das hab ich dir gerade gefällt ach Mr. Charles das ist der ähm verstehe nicht warum der immer bei mir im Lagerhof ist Chris wollen wir mal ähm in die Häuser ziehen der Schuld hat mir übrigens noch 17 Level alter ähm na gut ich bin vielleicht grad nicht da also ich mein Mario mach mal ne kurze Expedition und dann führe ich dich zur Wüste ja ja weil es nicht so ne große Wüste ist ok könnt ihr kurz auf mich warten dann können wir zusammen die Wüste kunden ja hier am Anleger sind zufälligerweise grad bei mir drei Boote äh wir brauchen ein 1 Kötter von mir ja ich kann auch selber ein Boot bauen das ist nur ausgelegt ähm komm auch wieder zurück aber könntet ihr dann wo ist denn so ein Wichsenpferd jetzt? warte nein zu beschützen Diamanten ihr könntet auch ganz kurz auf mich warten ja ich komm gleich wieder zurück wir starten um 16.56 Uhr da ist eine Minute ich bin selber nicht mehr so schnell ich auch nicht ich bin noch irgendwie zigtausend Meter unter der Erde ich schaff's auch nicht so schnell also von daher ja das ist der Leben zwei Minuten ne ähm was mach ich weg was mach ich weg ja vom Wichsenpferd hey ich lass die mal die Höhle Höhle sein obwohl ich hab grad eben da schon jemanden gefunden ok ich frag mich einfach glaub ich irgendwie wieder nach oben oder so weil ich bin immer zu faul mir dann den Weg zurückzufinden ich baue mich dann einfach hoch ich rüste mich mal in der Zeit oh das Schiff fährt ab jungs ich bin hier wartet ich bin ich bin veransatzweise wer ist hier in der Nähe mit einem Creeper beschäftigt ich nicht ich bin zuhause ok fahrts ist das nicht ich hab ich grad mal oben ach das ist genau so was sie werden was ist Quirinda was ist Quirinda ach so äh ich sehe das wird sie das ist sie der Grund für den Banuf Moment mal ich muss kurz gucken was Quirinda macht es schaut sich das genauso an wie ich warum ist der da unten ich weiß nicht musst du Mario und Stefan fragen die waren damit jetzt eine ganze Zeit beschäftigt hab ich nicht ganz verstanden ach so ist es so dass Michi davon keine Ahnung hat warum nein ich habe davon keine Ahnung verstehe ich wie es hier drin ist was wird Soldat auf Höhe 50 Soldat gebraucht das wird ein Bahnhof für äh also jeden Spieler sollen Gleitern ja da hinten ja aber warum ist der hier unten bei den anderen da hinten wo die alle sind ist das die quasi optimale Höhe das ist bei denen ist alles erst bei den paar Blöcke nur weiter unten Moment mich die ganze Quirin kurz Moven ja dann muss ich jetzt alle hier rein ja 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 am Bahnhof der Eingang runter gehen damit alle schnell hinkommen es gibt keine Mine hier am Bahnhof das wird nebenan passieren aber der Eingang wird nicht in diesem Umkreis entstehen macht aber keinen Sinn ist es bewusst das wird später noch geändert aber jetzt gerade ist es scheiße ja wie wenn ich hier jetzt einfach runter gehen warum ist es scheiße weil es scheiße ist du siehst davon nicht mal was dann in die Seite gehen aber die ganzen Tunnel nachher weiter für mich die ich da machen muss kannst hier war ich auf der seite dann bitte runter aber da hinten die seite nicht ja auch von mir aus eingehen was heißt du von von auf pferdesuche gehen pferdesuche er hat doch eine pferdezucht oder ich hast nicht eine pferdezucht ja warum so oder so wird das dann nicht wieder zugebaut quasi weil ich bin permanent hier im bau das macht aber wieso macht er einfach eine tür denn oder so der ganze bahnhof wird ein das soll am Ende auch gut aussehen ich hab keine Bock jetzt den provisorischen Mieneingang zu machen du hast doch nur ein scheißpferd da stehen wir hast doch genügend möglichkeit irgendwo eine sinnvolle Tür und so hin zu bringen ja aber nicht hier in der Bahnhofshalle es wird woanders passiert oder denn dann es muss irgendein Name vom Bahnhof sein da ist alles schon drinnen aber nicht im Bahnhof das ist eine Pistole ja die geht zum Topp ich pisste auf die Gegner Mario kann sich mal bitte da runterlegen Mario sag einfach ja oder nein so wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt die Achterwanne geht so ab ich denke sie mit der Gänse ja 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 ich glaube nicht ja 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 oh mein Gott ja 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 ja